Was ist das Geben? Assalamu alaikum an alle Anwesenden. Ich möchte heute über das Geben reden. Darüber habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht, weil, ja, ich weiß nicht, ich habe über Freundschaften nachgedacht, was man gibt und was man nimmt, und über Ereignisse, die in letzter Zeit so passiert sind, und dachte mir, ha, dann schreibe ich mal eigentlich eine Predigt drüber. Weil ich finde, das Geben eine schöne Sache ist, eine Sache, die auch ein positives Gefühl irgendwie auslöst und sogar eine gewisse Sucht auslösen kann, wenn man ständig gibt, was eine positive Sucht ist, theoretisch, wenn man sich mit dem Geben nicht irgendwie selbst zerstört. Wir sind froh, wenn wir was mit Menschen teilen. Manchmal geben wir an Bedürftige, um sie beim Leben oder Überleben zu unterstützen. Und manchmal geben wir Freunden und Bekannten, um sie glücklich zu machen. Seien es Zeit, Geschichten, Freude, Geld, Essen oder Trinken, oder was auch immer wir geben können, vielleicht auch einfach eine Geschichte. Geben ist seliger denn nehmen, so steht es in der Apostelgeschichte 2035. Und auch im Judentum spielt das Geben eine wichtige Rolle. Laut Maimonides, einem in Cordoba geborenen jüdischen Philosophen, Arzt und Rechtsgelehrten, gibt es acht Stufen der Tzedakah, auf Deutsch Wohltätigkeit oder Tzedakah, kennen wir auch aus dem Arabischen. Erstens, die höchste Stufe, den Bedürftigen die Möglichkeit geben, sich selbst zu ernähren, das heißt Hilfe zur Selbsthilfe. Zweitens, Wohltätigkeit in einer Weise, dass der Spender und der Bedürftige nicht voneinander wissen. Drittens, der Wohltäter weiß, wem er gibt, aber der Arme erfährt nicht von der Identität des Spenders. Viertens, der Gebende kennt nicht die Identität des Bedürftigen, aber dieser kennt den Spender. Fünftens, geben, bevor man gebeten wird. Sechstens, geben, nachdem man gebeten wird. Siebtens, zwar nicht ausreichend geben, aber immerhin mit Freundlichkeit. Und achtens, mit Unfreundlichkeit geben. Und auch in unserer Religion, dem Issam, gehört das Geben, das Spenden, die Almosen, ist ein wichtiger Teil unserer Religion, ist einer der fünf Säulen. Sakat, also die Almosen, wird im Koran 32 Mal erwähnt und ist eine Pflicht für jeden gläubigen Menschen, oder eigentlich für jeden Menschen, der es sich leisten kann. Und die 32 Mal, die Sakat im Koran vorkommen, sind nur speziell das Wort Sakat. Es gibt auch andere Worte wie Sadakah, die dann zusammengerechnet auf viel mehr kommen. Aber Rechtsgelehrte haben sich später dann darauf geeinigt, was der Sakat-Satz ist. Sie haben sich auf 2,5% des Jahreseinkommens geeinigt. Aber Sakat und einfach geben unterscheiden sich an einer wichtigen Stelle. Und zwar kann ich dir geben, oder dir geben, oder dir geben, und wenn ihr nicht bedürftig seid, dann gebe ich halt. Und das ist dann eine schöne Sache, ist eine gute Tat, aber kein Sakat, weil Sakat gibt man an bedürftige Menschen. Dazu steht im Koran, die Almosen, hier auch Asadakat genannt, sind für die Armen, die Bedürftigen, die, die sich um sie kümmern, und die, deren Herzen gewonnen werden sollen, für die Sklaven und Schuldner, für den Weg Gottes und den Sohn des Weges, als Verpflichtung von Seiten Gottes. Gott ist wissend und weise, steht im Koransuche 9, Vers 60. In diesem Vers werden auch, so als Info, Sklaven genannt. Wir haben normalerweise heute keine Sklaven mehr. Ich weiß, das passiert immer noch. Aber es gab eine innerisamische Debatte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, eine postkoloniale Debatte, wie man das Wort Sklaven neu besetzen kann. Und das ist dann auch ein Beispiel dafür, wie sich die Religion auch immer weiter wandelt. Und das ist ein Wandel, der nicht von uns getragen wird, sondern von konservativen Gelehrten auf der Welt getragen wird. Und zwar war die Idee oder die Diskussion, ob man den Begriff Sklaven von einem Individuum auf eine gesamte Gesellschaft übertragen kann. Und gemeint waren die Kolonien und ehemaligen Kolonien, die als Folge, aus Folgen der Ausbeutung und des Zweiten Weltkrieges extrem verarmt waren. Ich möchte auch noch ein bisschen was zur Geschichte des, oder zur islamischen Geschichte des Gebens erzählen. Um das Geben in gewisser Weise zu vereinfachen, gab es, konnten Muslime im islamischen Herrschaftsraum, später auch Juden und Christen, sogenannte Wakf, also Stiftungen, etablieren. Bei Wakf spricht man von einer Immobilisierung von Vermögenswerten. Stiftungen zu etablieren, galt als religiös verdienstvoll und war so geplant, dass sie für eine Ewigkeit existiert und auch über den Tod des Stifters hinaus noch gute Taten für den Menschen sammelt. Das Stiftungsrecht war anfangs stark vom römischen Recht geprägt und erst im 11. Jahrhundert im Seltsukenreich wurde ein originär islamisches Stiftungsrecht geprägt. Eine Stiftung hatte immer den Sinn, eine gewisse zählbare Gruppe zu unterstützen. Das heißt, ich konnte jetzt nicht eine Stiftung für alle Menschen auf der Welt machen, sondern es hatte immer einen Sinn. Zum Beispiel konnte ein reicher Mensch eine Bibliothek für die Studenten einer bestimmten Madrasa stiften. Ein weniger reicher Mensch, das kann man heute noch machen, konnte einen Brunnen stiften, von dem die Bürger eines Dorfes profitieren. Und ein Herrscher konnte eine Moschee beispielsweise für die Bürger von Bahrdat stiften, in der sie dann beten können. Und jedes Gebet soll ihm auch zugutekommen. Und jedes Wasser, das vom Brunnen genommen wird, soll dem Stifter zugutekommen. Finde ich eigentlich eine schöne Idee, solange man es wirklich des Spendenwillens macht und nicht sich denkt, hey, da habe ich jetzt, das ist ja fast wie so eine Börse, ich lege jetzt da was an und dann kriege ich da meine guten Taten für die nächsten tausend Jahre. Im Ambulkenreich gab es dann einen explosionsartigen Anstieg von Stiftungen. Das ist jetzt voll spannend. Ich gehe jetzt ein bisschen so in die Samenwissenschaft. Weil ich die Geschichte des Spendens einfach extrem spannend finde. Dort waren dann 90 Prozent aller landwirtschaftlich genutzten Flächen Stiftungen. Und man könnte sich fragen, wieso sind das Stiftungen? Was ist jetzt der Sinn dahinter? Die Besitzer von diesen Flächen haben sich eine gewisse Rechtssicherheit damit genommen. Sie haben eine Konfiskation durch die Verwaltung verhindert, haben sich dann aber auch gleichzeitig dazu verpflichtet, den im Stiftungsvertrag festgelegten Satz der Ernte zu spenden. Das heißt, wenn man sagt, man kann 10 Prozent, muss man jedes Jahr abgeben, zusätzlich zu den Steuern, die man eh zahlt, macht man noch 10 Prozent als Spende. Und so, was nennt man dann Familienstiftungen. Und Familienstiftungen sind deswegen spannend, weil muslimische Familien und muslimische Menschen dadurch auch das islamische Erbrechtumgang haben. Man konnte festsetzen, man konnte damit auch Frauen den gleichen Satz erben lassen wie Männer. Dafür gibt es viele Beispiele, die man in Archiven nachlesen kann. Genau. Jetzt wieder ein bisschen ins Heute, nach meinem kurzen Exkurs in die Islamwissenschaft und Geschichte. Wir können unseren Mitmenschen ja viel mehr geben als materielle Sachen. Sicher ist, einen Freund zum Essen einladen oder jemandem etwas kaufen, irgendwas schenken, eine schöne Sache, die uns auch erfüllt und hoffentlich auch die beschenkte Person erfüllt. Aber was kann einen gemeinsamen Tag ersetzen? Ich meine, ich kann auch Zeit spenden. Wenn ich mich mit einem Menschen treffe und ihm einfach nur zuhöre, weil er einen Zuhörer braucht, dann habe ich ihm ja auch etwas gegeben. Und ich finde das viel wertvoller als, ich weiß nicht, einen Kuchen oder so, was auch eine schöne Sache ist. Wir müssen nicht reich sein, umzugeben. Und wir können jeden Tag versuchen, Menschen Freude zu spenden. Auch mit unserer Arbeit hier in dieser Moschee spenden wir eigentlich jeden Tag. Ja, ich meine, klar, wir kriegen Spenden in Form von Geld, damit wir diese Arbeit hier machen können. Aber wir spenden der muslimischen Community weltweit jeden Tag Hoffnung, weil wir eben die Arbeit machen, die sie repräsentiert und auch uns repräsentiert. Wir sind keine kleine Gruppe, auch wenn die Moschee nicht immer ran voll ist. Wir haben viele Menschen, die uns jeden Tag anschreien, jeden Tag unsere Hilfe brauchen. Und wir machen jeden Tag unsere Arbeit für diese Menschen und auch damit spenden wir ihnen. Im Koran steht, sag zu meinen Dienern, die glauben, sie sollen das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich als Spende ausgeben, bevor ein Tag kommt, an dem es weder Verkaufen noch Freundschaften gibt. Steht in Surah 14, Vers 31. Und wenn Gott uns diese Freude und diese Hoffnung und die Kraft, wenn er uns diese Kraft gibt, das hier zu machen, dann ist es unsere Aufgabe, genau so weiterzumachen, unsere Hoffnung, anderen Menschen zu spenden, unsere Arbeit, anderen Menschen zu spenden, weil das, was wir hier machen, ist ja kein Selbstzweck für uns. Wir arbeiten ja nicht für uns hier ausschließlich. Wir arbeiten ja für Menschen, die so fühlen wie wir. Und an dieser Stelle möchte ich, wie immer, aus der Prophet vorlesen, weil es gibt dort ein Kapitel, das heißt vom Geben und es hat einfach gepasst. Ich habe diese Predigt geschrieben und habe danach in das Buch geguckt und dann gibt es da ein Kapitel, das heißt vom Geben. Und ich fand das sehr schön, weil einige der Gedanken, die ich hatte, waren auch da drin, von Khalil Gibran. So. Vom Geben. Da sagte ein Reicher, spricht zu uns vom Geben. Und er antwortete, ihr gebt nur wenig, wenn ihr von eurer Habe gebt. Wahrhaft gebt ihr erst, wenn ihr von euch gebt. Denn was in eurer Habe anderes als Dinge, die ihr aus Furcht, ihr könntet sie morgen benötigen, auch bewahrt und bewacht. Und morgen, was wird das morgen dem übervorsichtigen Hund schon bringen, der Knochen im weglosen Sand vergräbt, während er den Pilgern zur heiligen Stadt folgt. Und was ist Furcht vor Not, denn anderes als Not? Ist nicht die Angst vor Durst, wenn euer Brunnen voll ist, erst der Durst, den nichts je löschen kann? Menschen gibt's, die von dem vielen, das sie haben, wenig geben und es nur um Anerkennung willen tun. Und ihr geheimer Wunsch macht ihre Gabe unbekömmlich. Und Menschen gibt's, die wenig haben und es restlos hingeben. Sie sind diejenigen, die an das Leben und des Lebensfülle glauben und ihre Truhe wird niemals leer. Menschen gibt es, die voller Freude geben und diese Freude ist ihr Lohn. Und es gibt Menschen, die unter Schmerz geben und dieser Schmerz ist ihre Läuterung. Und Menschen gibt's, die geben und nichts vom Schmerz des Gebens wissen, noch nach Freude streben, noch um der Tugend willen geben. Sie geben so, wie die Mürte im Tal dort drüben atmet, ihren Duft verbreitet. Durch solcher Menschen Hand spricht Gott und aus ihren Augen lächelt er nieder auf die Welt. Gut ist es, wenn gefragt zu geben, besser aber ungefragt zu geben, aus eigener Einsicht. Und für den Freigiebigen ist die Suche nach einem, der empfangen soll, eine größere Freude als das Geben. Und gibt es etwas, das ihr für euch behalten könntet? Was ihr auch habt, wird eines Tages hingegeben werden. Gebt also jetzt, damit die Zeit des Gebens eure sei und nicht die eurer Erben. Oft sagt ihr, ich möchte wohl geben, aber nur dem, der es verdient. Reden die Bäume in eurem Garten etwa so oder die Herden auf eurer Weide? Sie geben, um zu leben, denn Galzen heißt sterben. Wer es wert ist, seine Tage und seine Nächte zu empfangen, ist doch wohl alles anderen würdig, was ihr ihm geben könntet. Und wer es verdient hat, vom Lebensmeer zu trinken, verdient es auch, aus eurem schmalen Bach zu schöpfen. Und welch größeren Verdienst könnte es wohl geben, als den, der in dem Mut und dem Vertrauen, ja der Barmherzigkeit, des Empfangens liegt. Und wer bist du, dass Menschen ihr Gewand zerreißen und ihren Stolz entblößen sollten, damit du ihren Wert nackt und ihren Stolz unverhüllt sehen kannst? Sorg erst dafür, dass du es verdienst, ein Gebender zu sein und ein Werkzeug des Gebens. Denn in Wahrheit ist es nur das Leben, das dem Leben gibt. Während du, der du dich für einen Gebenden hältst, ein bloßer Zeuge bist. Und ihr Empfangenden und Empfangende, seid ihr alle, befrachtet euch nicht selbst mit Dankbarkeit, damit, ach, sorry, und ihr Empfangenden und Empfangende, seid ihr alle. Befrachtet euch nicht selbst mit Dankbarkeit, damit ihr nicht euch selbst und dem, der gibt, einen Joch aufbürdet. Schwingt euch vielmehr auf, gemeinsam mit dem Gebenden auf den Flügeln seiner Gabe. Denn ein zu deutliches Bewusstsein eurer Schuld ist ein Zweifeln an seiner Großzügigkeit, deren Mutter die freigiebige Erde ist und deren Vater Gott selbst. Finde ich sehr schön. Ich liebe dieses Buch, das kann ich nur empfehlen. Ja, ich fand die letzte Stelle eigentlich auch sehr schön. Man muss nicht tausendmal Danke sagen, soll man ja auch gar nicht. Menschen, die geben, geben gerne. Was nur schön ist, ist, wenn man einem gebenden Menschen dann nicht auch noch die ganze Zeit nervt. also immer neue Sachen will und immer unzufrieden ist, das ist echt nicht Sinn der Sache. Sag nicht Danke. Wollen wir gar nicht. Will niemand. Ein kleines Danke wäre schön natürlich manchmal, aber ja, keine Unverschämtheit vielleicht, so wie es in den letzten Tagen manchmal passiert ist bei mir. Deswegen dachte ich, hey, voll die gute Zeit, diese Predigt zu machen, weil ich wusste eh nicht, was ich schreiben soll. Aber ja, Dankeschön.